Hallo und willkommen zu der letzten Produktlaunch für Preston Innovations für 2024. Ja, dieser Produktlaunch ist nicht nur für die Hardcore-Winterangler ausgedacht, ist auch für die Leute, die lieber vielleicht zu Hause bleiben und nicht angeln gehen im Winter, die vielleicht spazieren gehen, Hunde-Gassi gehen oder sogar einen Fußballbesuch im Stadion. Diese Produkte, wird was für jeder dabei, lass uns ein bisschen unter der Lupe schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum kommen Wintermutzen immer gut an? Weil sie auf jeden Kopf fassen, egal wie dick der ist. Na ja, fand ich nicht so lustig. Aber als erstes meine Favorit, der Knitted Bobo Mutzer. Ein schwarzer Böhmermutze in der trendigen Zopfmutzerstricht und ein blau-schwarzer Bobble on the top. On the top and nicht on the drop. Nächstes haben wir die Heavyweight Beanie. Die wärmste Mütze, die wir je produziert haben. Ehrlich, versuch mal eine noch kuscheliger zu finden. Diese Beanie ist aus dickem, flauschigem Material und voll gefüttert, genau wie ich. Erst haben wir einen Thermoskanal und jetzt der Travel Flask. Unsere Reiseflasche fasst 500 Milliliter Flüssigkeit, ideell für unterwegs oder gemütliche Momente mit heißem Tee oder Kaffee. Ich hab auch gehört, dass Glühwein mit Schuss geht, im Nord auch. Ob du eine kleine Ansitz am Wasser oder unterwegs im Auto, diese Reiseflasche ist ein optimal Begleiter. Diese kann man mit einer Hand bedienen und hat die perfekte Große am passen meisten Getränkehälter im Auto oder Bus. Waterproof Socks halten die Zehen und trockenen glücklich. Diese absolut wasserdichten Socken sorgen dafür, dass deine Füße trocken bleiben. Egal, ob du in Pfützen steigst oder einfach, wenn du Lust hast, direkt im Wasser zu laufen. Perfekt aber, wenn du lieber Sportschuhe tragst beim Angel oder sogar, wenn du lieber mit Crocs unterwegs sind. Ich habe ein paar verrückte Angler gesehen, sogar im Winter mit Crocs am Wasser sind. Dazu sind die Atem aktiv, also keine Schweißfüße. Socken sind wie Freunde. Je mehr, desto besser. Und sie verschwinden immer dann, wenn man am meisten braucht. Hier ist ein Doppelpack, die dich am ganzen Jahr begleitet. Comfort, Langleblichkeit und zwei Paare, weil mal ehrlich, ein Paar ist nie genug. Hochwertiges Material für glückliche Füße, die großen EU 39 bis 43 und 44 bis 48. The Lightweight Gloves, eine geniale Losung für den Angelei bei kaltem Wetter. Diese Handschuhe halten die Hände warm, lassen aber die Finger frei für das richtigste, wie das Bekürten des Hakens oder den nächsten Fang einholen oder einfach in die Nasen bohren, wenn nichts beißt. Dazu sorgt der decente Grip-Muster in der Handfläche davor, dass dein Router fest in der Hand bleibt, ohne dich zu behindern. Erhältlich in zwei großen, Small-Medium und Large XL. Neckwarmer, I must have. Ich liebe diese englische Wörter, eingebaut in den deutschen Text. I must have. Naja, dieser extrem warme Nackenwärmer hält die kalte Ferne und sorgt davor, dass dein Hals kuschelig bleibt, egal wie stark der Wind bläst. Er kann nach Stimmung als Schal, Gesichtmaske oder in vielen anderen Varianten getragen werden. Einheitsgroße für alle, die der Winterwind haben müssen.